In diesem Video lernst du alles über Logics neue Funktion Live Loops. Wir starten gleich. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Mit Live Loops, ich habe die Ansicht hier schon geöffnet, kannst du musikalische Ideen sozusagen in Echtzeit umsetzen. Und zwar nicht in dem normalen Arrangement Window, sondern über diese Zellen. Und die sind für viele am Anfang so ein bisschen verwirrend. Ich zeige dir jetzt mal, auf was du achten musst, denn wenn du einmal das Konzept verstanden hast, ist es eigentlich recht einfach. Und es ist nicht nur zum Live Looping gemacht, was viele verwechseln. Es ist nicht nur für Live Performance, ist nützlich, finde ich zumindest, sondern es kann auch wirklich helfen, kreative Ideen schnell umzusetzen, wenn du damit ein bisschen rumspielst. Um in die Live Loop Ansicht zu kommen, gehst du einfach hier auf diesen Button hier, auf diesen Knopf, da kannst du das umstellen. Und du kannst entweder auf die Live Loop Ansicht gehen und über diesen Button hier kommst du dann wieder in die normale Ansicht. Oder du kannst beide nebeneinander herlaufen lassen, was ich jetzt mal machen werde gleich. Wie wir aus einem leeren Arrangement starten, das zeige ich dir noch später im Video. Du kannst auch in diese Zellen hier selber sogar aufnehmen. Du kannst direkt in so eine Zelle aufnehmen, auch das zeige ich dir noch. Und du kannst diese Zellen über Logic's Remote App, die es umsonst im App Store gibt, steuern, mit deinem Notebook oder mit deinem iPhone sogar. Wichtig ist jetzt zunächst mal, dass du das Grundprinzip von dieser Live Loop Ansicht verstehst. Und zwar haben wir hier, was du hier unten siehst, diese Pfeile, das sind Szenen oder das nennt Logic hier Szenen. Und eine Szene sind verschiedene Loops, die hier übereinander gestackt sind sozusagen, wie du Spuren aus dem Arrangementfenster auch kennst. Und das hier sind Tracks, das kennst du aus dem Arrangementfenster. Also hier hast du deine normalen Tracks, wie du es schon kennst von vorher. Das läuft hier parallel auch mit dem Arrangementfenster. Und hier hast du die Szene. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, funktioniert das wie ein Abspielknopf. Und die Loops hier spielen ab, alle, die hier übereinander gestackt sind. Das mache ich jetzt mal. Um diese Szenen korrekt und flüssig abspielen zu können, musst du hier auf dieses Loop Eye achten. Das erinnert so ein bisschen an den Elastic 3 Player von Überschall. Das musst du hier im Auge behalten. Denn wenn ich jetzt hier einen Loop abspielen lasse und klicke dann auf den nächsten, startet er nicht in Echtzeit, sondern erst, wenn das Loop Eye hier fertig gelaufen ist. Gehen wir mal hier rein. Zack, und er hört erst auf zu spielen, wenn das Loop Eye oder dieses Rädchen hier, diese Ansicht, wieder hier endet. Also wie gesagt, nochmal wichtig, das Erste zu wissen, nicht in Echtzeit wird hier gewechselt, sondern erst, wenn der Loop komplett fertig abgespielt ist. Wenn du ein Arrangement baust, es müssen jetzt nicht nur aus Loops sein, sondern du kannst dir ja auch selber welche einspielen. Kannst du verschiedene Arrangements probieren, wie die klingen, indem du sie einfach aufnimmst. Und zwar musst du hier oben auf Record gehen. Damit machst du die Aufnahme scharf. Und dann nehme ich hier in mein Arrangement Window, nehme ich diese Performance hier auf. Die Szenen oder die Song Parts werden hier direkt aufgenommen in Echtzeit. Wenn ich fertig bin, drücke ich einfach hier unten auf Stop. Also wir nehmen mal auf. Alles zu sehen. house Cloudые Weine 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 Los Autач Aufeten AufHi Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, du hast gesehen, wie ich immer, bevor die Szene gewechselt wird, darauf geachtet habe, okay, wann muss ich wechseln. Das heißt, du musst bei so einer Performance, das ist ein bisschen Übungssache, immer dieses Loop Eye hier, nenne ich es mal, im Auge behalten. Okay, wir haben es jetzt aufgenommen, ich schalte hier wieder die Aufnahme unscharf sozusagen und ich habe jetzt verschiedene Szenen hier aufgenommen und jetzt kannst du hier in beiden Arrangement-Windows gleichzeitig arbeiten, wenn du hier was verändern möchtest. Und zwar kannst du das über diesen Pfeil hier machen. Ich kann hier übrigens auch die Größe verschieben, habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ich kann es ja näher hinschieben, zur besseren Übersicht. Und wenn ich jetzt hier umschalte, dann schaltet er mir diese Spur hier scharf und ich kann jetzt hier direkt eingreifen und kann wie die normale Audiospur hier im Arrangement-Window schneiden oder loopen oder was auch immer ich machen möchte, um die Performance, die ich jetzt hier aufgenommen habe, hier nachzuarbeiten. Das ist echt eine coole Sache und ich finde, zum Arrangieren oder um verschiedene Arrangements auszuprobieren, ist es richtig gut. Was ich dir jetzt aber noch zeigen möchte, ist, wie du eigene Loops hier reinziehen kannst und wie du direkt in so eine Zelle aufnehmen kannst. Das machen wir in einem anderen Projekt. Okay, wir sind jetzt hier im nächsten Projekt und ich habe schon ein paar Loops mir hier reingezogen aus dem Loop-Browser direkt. Du kannst sie einfach schnappen, zack, und hier reinziehen, wenn du möchtest und dann siehst du sie auch gleich angezeigt. Ich kann hier wieder meine Szenen abspielen. Und so weiter. Und du kannst natürlich auch, ich mache mal hier den Loop-Browser wieder zu, den brauchen wir jetzt nicht mehr, du kannst hier wieder in die Ansicht wechseln und wenn du jetzt hier Spuren eingespielt hättest schon, könntest du natürlich auch mit denen arbeiten. Also wenn du jetzt hier schon Drums eingespielt hast oder sonstiges, kannst du die hier im Arrangement-Window direkt bearbeiten und dann von hier aus einfach hier reinziehen. Das ist kein Problem. Okay, ich möchte jetzt aber direkt in so eine Zelle hier aufnehmen und das geht folgendermaßen. Ich habe mich hier schon einen Synthesizer angelegt und du siehst hier so ein Aufnahmezeichen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich einen Einzähler von einem Takt und dann kann ich direkt meinen Synthesizer hier mit in diese Szene aufnehmen. Und jetzt siehst du hier schon die Performance direkt. Meine MIDI-Noten und ich kann die auch wieder über Rechtsklick oder Control-Klick, was ich nicht weiß, jetzt zunächst mal bearbeiten. Das heißt, ich kann sie quantisieren. Das waren jetzt Sechzehntel. Das könnte ich hier direkt einstellen. Oder ich kann doppelklicken und bekomme dann mein Piano-Window geöffnet und kann hier diese Region oder diese Zelle hier direkt auch nachbearbeiten, wenn ich die Velocity verändern will oder was auch immer. Noch ein paar Worte zum Arrangieren von diesen Szenen. Wenn du hier unten auf rechten Mausklick machst, Entschuldigung, ja, rechter Mausklick, dann kommt eine Zelle hinzu. Die kann ich auch wieder löschen, einfach überlöschen. Und wenn du die Szene hier zum Beispiel kopieren willst oder nur eine davon oder hin und her ziehen möchtest, dann markierst du sie einfach und ziehst sie hin und her. Ja, ganz normal wie im Arrangement-Window auch. Oder hältst die Alt-Taste gedrückt beim Ziehen und kopierst die dann hier rüber. Also auch das geht. Das ist recht easy und solltest du schon gewöhnt sein, wenn du mit Logic arbeitest länger. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt hatte, aber ich denke, dass es selbst erklärt. Du kannst natürlich auch nur eine einzelne Zelle abspielen. Ja, das ist wichtig fürs Live-Looping. Und das ist aber jetzt hier zum Arrangieren nicht so wichtig. Aber fürs Live-Looping kannst du natürlich auch einzelne Zellen nur abspielen und auch aus verschiedenen Szenen. Ich könnte jetzt hier das abspielen. Zusammen mit dem. Hat jetzt nicht zusammengepasst, aber du kannst einzelne Zellen aus verschiedenen Szenen auch abspielen lassen. Richtig mächtig gerade für eine Live-Performance wird Live-Looping aber in Verbindung mit dem neuen Plug-In Remix FX, so einem Effekt- oder Multi-Effekt-Plug-In, ein bisschen für DJs ist es gut geeignet. Für den Live-Betrieb ist das sehr gut, aber auch einfach, um sowas aufzunehmen. Ich gehe jetzt mal hier einfach in Smart Controls und gehe hier auf Master und da habe ich hier schon eine Version von Remix FX geladen. Dann gehe ich hier auf Remix FX und dann erscheint mir das hier. Und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, jetzt die Loops zu manipulieren. Ich kann aus sechs verschiedenen Filtern auf beiden Seiten auswählen. Ich habe hier Tapestop-Effekte und diverse Effekte, die ich jetzt nicht so genau weiß und kann hier diese Loops oder Szenen jetzt in Echtzeit manipulieren. Ich lasse sie einfach mal laufen und spiele dann dazu oder manipulieren. Und so weiter. Dieser Remix FX-Effekt ist besser zu bedienen übers iPhone oder übers iPad, gerade im Live-Betrieb. Das ist hier ein bisschen doof, weil mit dem iPad kannst du natürlich mehrere Controller auf einmal bedienen. Ich kann jetzt hier mit der Maus jeweils nur einbedienen. Was hältst du von Live-Loops? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare und schreib mir rein, ob du das mal probieren wirst zu nutzen, auch wenn du kein Live-DJ bist. Ich habe eine neue Playlist angelegt für Logic 10.5 Updates. Da packe ich alles rein, falls du mal ein Video verpasst. Wenn du effizienter mit Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir wie immer meine Logic-Workflow-Checkliste. Die habe ich im ersten Kommentar angepinnt. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder im besten Fall über ein Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.